Ja, hallo liebe Freunde, wir sind wieder unterwegs in meinem Wahlkreis in Marzahn mit unserem mobilen Bürgerbüro. Leider konnten wir aufgrund der Corona-Situation ja einige Zeit nicht rausgehen und nicht die Bürger informieren, was hier Rot-Rot-Grün im Berliner Abgeordnetenhaus so veranstaltet. Aber jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, jetzt finden Sie mich wieder regelmäßig in meinem Wahlkreis vor Ort. Ich freue mich auf interessante Gespräche mit Ihnen und auf Anregungen von Ihnen. Kommen Sie einfach an mein mobiles Bürgerbüro, an meinen Infostand. Ich freue mich auf Sie. Herzlichen Dank.